Das ist der Prophet Mohammed, das wir in Deutschland haben, Juden köpfen lassen. Das hatten wir schon mal in Deutschland, das waren wir nicht noch mal. Und deswegen treten wir an, hier als Bürgerwisch-Kartei, die Freiheit. Wir kämpfen gegen jede totalitäre Ideologie, egal ob es die Nationalsozialisten sind oder die internationalen Sozialisten oder die Religions-Kaschisten. Alles gefährliche, totalitäre Ideologien, die freie Meinungsfreiheit zu machen. Und deswegen hatten wir heute hier an unserem Stand immer eine Stunde lang aggressive Linksradikale und aggressive Moslems, die uns niedergebrüllt haben, die uns angespuckt haben, die versucht haben unsere Anlage umzuschmeißen. Und das wurde leider Gottes, ich muss es sagen, eine Stunde lang von der Polizei geduldet. Und das ist nicht in Ordnung, das ist eine demokratische Partei mit einer ordnungsgemäß angemeldeten Kundgebung. Und wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, wir verteidigen die Freiheit und die Menschenrechte gegen den Islam, der alles mit Füßen tritt. Und wir müssen uns hier bespucken und treten lassen, das ist unglaublich. Es wird unter den Augen der Polizei geduldet, dass wir attackiert werden. Vielleicht ist es ja auch politischer Wille in dieser Stadt, wir wissen es, dass unter links, rot, grün, der Islam hofiert wird ohne Ende. Es wird blind alles geglaubt, was muslimische Funktionäre sagen. Islam bedeutet Frieden, Gewalt hat nicht mit dem Islam zu tun. Sie lügen uns alle an, liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger. Islamische Funktionäre lügen uns an. Warum? Weil das Lügen im Islam auch erlaubt ist. Takiyah heißt, Lügen zur Verbreitung des Islams ist erlaubt. Und der Islam ist eindeutig mit Gewalt und mit dem Toten in direkter Verbindung. Es gibt einen türkischen Schriftsteller in Berlin, Saka Senacan. Er hat gesagt, der Terror kommt direkt aus dem Herzen des Islams, und zwar aus dem Koran. Das sagt ein türkischer Mitbürger, der in Berlin lebt. Und ein Aussteiger aus dem Islam war heute bei uns. Er ist aus dem Iran gekommen, und in Deutschland ist er aus dem Islam ausgetreten. Und er sagt, der Islam ist gefährlich. Und wir müssen die Menschen aufklären. Wir müssen ihnen sagen, was das für eine gefährliche Ideologie ist. Und wir müssen etwas dagegen tun. Der Koran muss entschärft werden. Der Koran ist heute bildlich wie vor 1400 Jahren. Und seit 1400 Jahren tötet er Ungläubige. 270 Millionen Menschen wurden vom Islam getötet. Und jeden Tag kommen neue dazu. Wir sehen es in den Nachrichten, wir hören es jeden Tag. Aber wir verschließen die Augen, weil die meisten Leute interessiert nur das, was vor ihrer Haustür passiert. Was ist das Problem? Wir wollen alle aufmachen, wenn vor unserer Haustür die ersten Anschläge kommen. Die kommen mit Sicherheit. Die wurden schon alle vorbereitet. Wir haben es nur unseren Sicherheitsbehörden zu verdanken, dass die bisher verhindert wurden. Sie wollten schon die Arena hochspringen im Jahr 2006 bei der Weltmeisterschaft. Die Vorbereitung war in Gange. Sie wurden im Ansatz unterbunden. Es gibt stündig die Tchihab-Versuche. Jetzt sind es die Salafisten, die jetzt nach und nach verboten werden, weil sie einen islamischen Gottesstaat in Deutschland nicht wollen. Und sie wollen hier das islamische Recht einführen. Und wir sagen ihnen, wacht auf, liebe Söndergerinnen und Sönderger, informiert euch über den Islam. Sie können sich bei uns Informationen holen. Deswegen stehen wir hier. Lesen Sie den Koran. Und fangen Sie an Widerstand zu leisten. In Ihrer Stadt soll jetzt auch wieder eine Moschee gebaut werden im Süden der Stadt. Leisten Sie Widerstand. Denn der Islam ist gefährlich. Lassen Sie sich nicht anreden, dass der Islam eine krisische Religion wäre, die von Terroristen missbraucht wird. Das ist falsch. Der Koran fördert Gewalt, Töten und Terrorismus auf jeder Seite. Lesen Sie ihn. Lesen Sie ihn. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und wir erleben es, dass ein Land nach dem anderen jetzt islamistisch wird. Wenn Sie demnächst nach Ägypten in den Urlaub fahren, dann werden Sie erleben, dass da jetzt mittlerweile die Charia herrscht. Da müssen Sie gut aufpassen. Zunächst sind ganz genauso. Ein Land nach dem anderen ist islamistisch. Und die Einschläge kommen immer näher. Und wir in Deutschland werden es auch erleben, wenn wir nicht rechtzeitig, wenn wir nicht rechtzeitig aufklären, informieren und Widerstand leisten. In der Schweiz waren die Bürger schlau. Die haben das Volksbegehren von der Schweizer Volkspartei, das ist übrigens eine Schwesterpartei von uns, wir sind eng mit denen in Kontakt und wir tauschen uns aus. Die haben das Minarettverbot den Schweizer Bürgern zur Abstimmung gegeben. Und die Schweizer waren schlau. Sie haben gesagt Nein zu Minaretten. Weil Minarette sind Eroberungssymbole. Wo ein Minarett im Boden drin ist, ist es islamisch erobertes Gebiet. Und Sie haben jetzt gerade in Nürnberg einen Moscheebau. Einen geplanten, das sind auch in Minarettin, 13 Meter hoch. Das ist dann auch wieder islamisch erobertes Gebiet. Sie sollten sich darüber informieren, liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger. Und Sie sollten auch Widerstand leisten. Bei uns, bei der Partei Die Freiheit, können Sie Mitglied werden. Und da können Sie sich mit uns zusammentun. Es ist die bittigste Aufklärungsarbeit, die wir im 21. Jahrhundert zu leisten haben. Wir haben Kommunismus überwunden, wir haben Nationalsozialismus überwunden. Und jetzt kommt die nächste Diktatur im Gewand einer Religion. Und das ist die islamfaschistische Diktatur. Glauben Sie uns. Schauen Sie in jedes islamische Land. Danke. Schauen Sie in jedes islamische Land, die wir wollen. Überall ist Unterdrückung, ist Verfolgung von Handelsgläubigen, ist Terror, ist Mord. Sie können es jedenfalls in den Nachrichten verfolgen. Und das ist der Islam. Das ist der Islam, wie er sich seit 1400 Jahren präsentiert. Das ist Fakt. Und wenn wir weiterhin die Augen zumachen, und ich sehe ja wieder zwei muslimische Mitbürgerinnen. Wir sind nicht gegen Muslime. Wir wollen muslimische Frauen verfreien, dass sie nicht im Sommer bei der Hitze mit solchen schwarzen Verhüllungen rumlaufen müssen. Sie würden mir jetzt sagen, sie macht es gerne, sie ist stolz, dass sie Muslimin ist, und sie ist stolz, dass sie sich verhüllt, weil sie von klein auf eingetrichtert bekommen, es ist der Wille Allah. Und klein auf ist eine Indoktrination, dass Allahs will, weil es im Koran drin steht. Deswegen ist der Koran so gefährlich. Der ist auch heute im Jahr 2012 genauso aktuell wie im Jahr 620, wo er diktiert wurde. Deswegen verhüllen sich muslimische Frauen. Und deswegen nehmen sie es auch hin, dass sie weniger Rechte haben, weil ihnen von klein auf ist reingeredet wird. Und diese Indoktrination findet mitten unter uns statt. Und das Problem ist, dass es ja nicht nur Muslime betrifft, sondern auch alle Andersgläubigen. Alle Andersgläubigen werden vom Islam als schlimmer als das Vieh angesehen, als minderwertig. Muslime sind die beste Gemeinde, die hier entstanden ist, und sie gebieten das Recht. Das heißt, dass sie, die Scharia, Allahs Recht über das demokratische Recht, von menschengemachte Recht stöhnen sollen. Das ist der Islam. Der Islam will die weltliche Macht. Es gibt kein islamisches Land, wo Demokratie ist. Überall herrscht der Islam. Überall. Überall. Und die Türkei ist das einzige Land, was noch so ein bisschen Restdemokratie hat, weil Kemal Pasha Atatürk ein entschiedener Gegner des Islam war. Er hat die moderne Türkei gegründet, und er hat gesagt, ich zitiere, der Islam ist die absurde Theologie eines unvorallischen Beduinos. Das sagt der große türkische Nationalheld Kemal Pasha Atatürk. Und wir stehen heute hier in Nürnberg und sagen das Gleiche. Wir sagen auch das Gleiche, was Karl Marx gesagt hat. Er hat den Koran gelesen und er hat gesagt, der Koran treibt die Welt in Gläubige und Ungläubige und sagt für einen Zustand permanenter Feindschaft. Das hat Karl Marx gesagt. Und wir sagen auch das Gleiche. Und wir müssen uns hier bespucken lassen und treten und bedrohen von einer Ansammlung von Linksradikalen und von Moslemradikalen, die unsere Veranstaltung vorhin hier zu stören versucht. Eine Stunde lang, eine Stunde lang, liebe Nürnberger und Nürnberger. Das ist Demokratie in Nürnberg. Leider Gottes mussten wir eine Stunde zuschauen. Wir haben es immer wieder der Einsatzleiterin der Polizei gesagt. Bitte entfernen Sie diese Störer und Sie werden gewaltig. Aber nichts ist geschehen. Nichts ist geschehen. Der Islam steht hier unter Schutz und es geht bis hinauf zur Bundeskanzlerin. Sie müssen sich vorstellen, die Bundeskanzlerin hat im Februar vollmundig einen Bürgerdialog im Internet veröffentlicht. Da konnte jeder Bürger seine Sorgen, seine Nöte reinschreiben. Und 150.000 Bürger haben da dafür gestimmt, dass es eine offene Diskussion über den Islam gibt. Weil diese offene Diskussion im Moment noch behindert wird. Und Bundeskanzlerin Merkel hat es bis jetzt verschwiegen, dass dieses Thema an drittbester Stelle steht. Das war lange Zeit sogar früher, dieses Thema. Sie hat es verschwiegen. Warum verschweigt sie es? Aus dem selben Grund, warum beispielsweise auch die Münchner CSU nicht gegen den Islam sagt. Ich war Pressesprecher der Münchner CSU und dort wurde mir gesagt, als ich besucht habe, das Thema Islamkritik anzubringen, da wurde mir gesagt, in Zukunft werden keine Wahlen mehr ohne muslimische Wählerstimmen gewonnen. Weil Muslime sich rasch vermehren bei uns in der Bevölkerung. Sie haben drei- bis vierfach höhere Geburtenraten. Das hat auch Dr. Thilo Sarrazin festgestellt in seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Das sind alles Fakten. Er spricht von Fakten, die er vom Statistischen Bundesamt hat. Also, wir werden von Jahr zu Jahr immer mehr muslimische Bevölkerungsanteile haben. Das wäre normalerweise kein Problem, wenn der Islam wirklich eine friedliche Religion wäre. Aber der Islam ist nicht friedlich. Der Islam fordert die absolute Macht für den Islam und er fordert die Scharia das göttliche Recht und er fordert, dass Ungläubige unterworfen werden und dass sie die Zusatzsteuer zahlen müssen. Und das ist im Prinzip in allen 54 islamischen Ländern der Fall. Wollen Sie das auch in Deutschland? Wollen Sie solche Zustände auch in Deutschland? Nein, Sie wollen es wahrscheinlich nicht. Aber Sie verschließen einen Traum davor, weil Sie noch nicht merken, wie die Bedrohung akut ist. Wir merken es nur in den Parallelgesellschaften, dass dort immer mehr sich die muslimischen Gesellschaften abschotten. Wir merken es an den Salafisten, dass die immer gewalttätiger werden. Wir merken es an den islamischen Terroristen, die es auch in Deutschland schon Attentate ausführen wollten und eins auch schon ausgeführt haben in Frankfurt. Das wird immer schlimmer werden. Und wir haben unsere Partei gegründet, weil die etablierten Parteien in Deutschland die Augen verschließen vor diesem Problem. Sie weigern sich, dieses Thema anzupacken, weil es wie ein heißes Eisen ist. Sie haben Angst, sich daran zu verbrennen. Sie haben Angst, dass Muslime gewalttätig werden, genauso wie heute Muslime hier gewalttätig geworden sind. Sie sind auf uns losgegangen, sie waren aggressiv, sie haben uns angespuckt. Das ist muslimisches Denken. Kritik soll unterbunden werden, soll mit Gewalt bedrückt werden, soll wiedergemacht werden. Das ist Islam. Der sagt Halsmaul, der nächste Moslem. Wir haben es in München schon erlebt, dass Muslime auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ihr scheiß Christen, wenn wir erstmal in der Macht sind, hängen wir euch alle auf. In München, in der Fußgängerzone. Moslems, die haben integriert ausgesehen. Da hat man gedacht, wunderbar, vom Äußeren angepasst. Bestens. Es tickt in so vielen Köpfen. Und ich sage jetzt noch eins. Und da zitiere ich den Islam-Aussteiger Nassim Ben-Iman. Er kam aus Ägypten nach Deutschland. Er war Moslem. Und er ist hier langsam aufgewacht. Er hat gemerkt, dass der Islam aggressiv und gewalttätig ist. Er ist ausgestiegen. Und er sagt, er sagt, jeder Moslem, ich zitiere halt, jeder Moslem, der den Koran gelesen hat, ist ein potenzieller Terrorist. Das sage nicht ich. Wenn ich das sagen würde, würde sofort der Staatsschutz daherkommen und mich wegen Volksbehetzung ins Gefängnis werfen. Aber ich zitiere einen Moslem, der aus Ägypten kommt, der den Islam in- und auswendig kennt, der dieses Buch in- und auswendig kennt und der weiß, was los ist. Wenn ein Moslem dieses Buch liest, und dieses Buch ist das Befelsbuch von Allah, dann ist er ein potenzieller Terrorist. Das ist die traurige Wahrheit. Und deswegen haben wir auch nur Probleme bei der Integration, also in allererster Linie, mit Muslimen. Wir haben muslimische Parallelgesellschaften. Wir haben Integrationsprobleme bei der Bildung. Wir haben eine massiv erhöhte Gewaltbereitschaft bei Muslimen. Wir haben deutlich viel mehr Schulabträger bei Muslimen. Warum? Weil sie unsere Kultur, unsere Wörter ablehnen. Sie wollen ihren islamischen Gottesstaat mit dem Koran als Grundlage. Der Koran als Allahs Wort als Grundlage. Das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen viel an, wenn sie sich noch nicht mit dem Islam beschäftigt haben. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die meisten von uns sind aufgewacht am 11. September. Am 11. September saßen wir alle fassungslos vor den Fernsehergeräten und haben uns gefragt, wie können Menschen sowas tun? Wie können sie sich in Flugzeuge reinsetzen und in Hochhäuser reinstürzen? Warum haben sie das gemacht? Weil Allah es ihnen befiehlt. Sie haben die USA als bösen Saatrat angesehen, der die islamischen Länder anscheinend bedroht. So glauben sie es zumindest. Und dann haben sie nach Sur 9, Vers 111. Nein, 11. 9, 111. Ja, sie haben sich nach diesem Vers verheilt. Und der heißt, hören Sie gut zu, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Das heißt, jeder Moslem, der im Kampf stirbt, kommt ins Paradies. Und da werden ihm 72 Jungfrauen mit schwellenden Drüsten und schönen, gluteudeligen Augenküsten besprochen. Das glauben alle muslimischen Terroristen, die sich in die Luft springen. Es passiert fast jeden Tag, irgendwo auf der Welt. Und einer meiner besten Freunde, Rolf Burkai, der war Vizepräsident vom TSV 1860 München. Er hatte sich seinen Lebenstraum erfüllt. Er ist nach Indien geflogen. Er war in Bombay, zur balschen Zeit, am richtigen Ort. Er kam Ende November dorthin, als zehn Moslems rumgelaufen sind durch Bombay. Sie haben es vielleicht damals mitverfolgt. Und sie haben gemäß Koranbefehl, tötet die Ungläubigen, wo ihr sie findet, 170 Menschen getötet. Und mein Freund Rolf Burkai kam ins Saat aus Bombay zurück. Das ist der Islam. Und wenn Sie wissen wollen, warum es einen Staat Indien und einen Staat Pakistan gibt, deswegen, weil Moslems nicht mit anderen Kulturen, Religionen, Gesellschaften zusammenleben können. Das war früher ein Staat britisch Indien. Und man muss es getrennt werden, weil sich Moslems und Hindus bekriegt haben. Und zwar deswegen, weil Moslems die Aggressiven sind, laut ihrer Ideologie. Da sind damals 70 Millionen Hindus ums Leben gekommen. In der gesamten Geschichte dieser Auseinandersetzung Moslems gegen Hindus. Und es ist überall. Egal ob Moslems, ob Christen treffen, ob Hindus, ob Buddhisten. Sie können sich jedes islamische Land anschauen. Überall kracht. Überall. Und das ist nicht deswegen, weil sie unterdrückt werden oder ausgebeutet werden. Nein. Es ist deswegen, weil sie eine aggressive Ideologie haben. Weil sie laut Allah herrschen müssen über alle Andersgörigen. Herrschen über jeden anderen, der nicht Moslem ist. Das ist islamische Ideologie. Und das ist etwas, was für uns existenziell bedrohlich wird. Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger. Auch wenn heute die Sonne scheint. Und auch wenn vordergründig alles friedlich ist. Es wird uns existenziell eine Bedrohung sein. Der Islam wird aufgrund der demografischen Entwicklung, er wird die Mehrheiten bekommen. Und auf dem Weg zu Mehrheiten wird es begleitet sein mit Terror, mit Gewalt und mit Ausschreitungen. Das ist in jedem Land beobachtbar, wo sich der Islam bisher ausgebreitet hat. Und es ist eine reine Frage der Demokratie. Eine reine Frage der Demokratie. Und wir können auch was dagegen machen. Wir müssen nicht sagen, die da oben lassen sich eh nichts sagen oder wir als kleine Bürger können nichts machen. Nein. Wir sind eine Demokratie. Wir können uns einer Partei anschließen, die etwas macht. Es ist zum Beispiel unsere Partei, die Freiheit. In der Schweiz ist es die Schweizer Volkspartei. Und wir wollen, dass das Volk entscheidet wie in der Schweiz. Wir wollen die direkte Demokratie einführen in Deutschland. Wir wollen, dass die Bürger selber entscheiden können, ob ihre hart verdienten Euros in korrupte Staaten wie Griechenland reingeschüttet werden. Wo seit Jahren, Jahrzehnten Korruption blüht. Wo die Reichen ihre Steuern nicht mehr zahlen. Wo das ganze Land durchzogen ist von Misswirtschaft, von Unfähigkeit das Land richtig zu organisieren. Und unsere Milliarden werden dahingeschaufelt. Und da sagen wir, lasst die Bürger entscheiden. Lasst das deutsche Volk entscheiden, ob sie das haben wollen. Und wir sagen, als Bürgerrechtspartei, die Freiheit. Es kann eine gemeinsame Währung nur zwischen Ländern geben, die vergleichbar wirtschaftlich auf einer Ebene sind. Alles andere funktioniert nicht. Weil dann immer die fleißigen Nationen die Schwachen und Faulen durchfüttern müssen. Es ist so. Es ist leider Gottes so, dass in Ländern wie Spanien, Griechenland, es ist so. Wir haben es halt wärmer und wir haben eine andere Mentalität. Da werden die Geschäfte zugesperrt von mittags bis abends. Da ist eine andere Arbeitsentstellung. Und wir fleißigen hier in Mitteleuropa, wir Niederländer, wir Deutschen, wir Nordeuropäer. Wir dürfen alle diese Länder mit Milliarden und Abermilliarden jetzt unterstützen. Das ist Sozialismus und das wollen wir nicht. Dafür treten wir als Bürgerrechtspartei die Freiheit auch ein. Und wir wollen, dass das Volk entscheidet. Die Bürger sollen entscheiden, was mit ihrem hart verdienten Geld, mit dem hart verdienten Geld, was sie jeden Tag arbeiten, was damit passiert. Und wir wollen nicht, dass die EU immer sozialistischer wird und von Brüssel aus das Geld abgepumpt wird, ohne dass das Volk gefragt wird. Also, direkte Demokratie, dafür stehen wir als Versailles die Freiheit. Und wir werben dafür, dass wir hier mehr Mitglieder bekommen in Nürnberg. Wir sind eine junge Partei, die sich aufbaut. Wir haben 2000 Mitglieder in ganz Deutschland, 170 in Bayern. Wir würden uns freuen, wenn auch hier in Nürnberg neue dazukommen. Unser stellvertretender Landesvorsitzender ist aus Nürnberg. Wir haben einige Freunde hier, die aus Nürnberg bei uns sind. Und wir sind der besten Überzeugung. Die Positionen, die wir vertreten, die Wahrheiten, die wir über den Islam verkünden, sind alles Fakten. Keiner kann uns weiter nachweisen, dass wir irgendwas Falsches gesagt haben. Alles nachprüfbare Fakten. Aber in Deutschland regiert die politische Korrektheit. Und die politische Korrektheit sagt, wir dürfen nicht den Islam kritisieren. Wir dürfen nichts sagen gegen ausländische Mitbürger. Aber das tut man ja nicht. Wir kritisieren eine Ideologie. Und wir wollen die Muslime befreien. Danke, danke. Es tut gut, Zuspruch jetzt zu bekommen, nachdem wir jetzt echt über eine Stunde von Linksradikalen und von Moslems bespuckt, niedergeschrien und getreten wurden. Wir als Demokraten, wir sind im tiefen Herzen Demokraten. Wir verteidigen unser Grundgesetz. Alle, die hier stehen, wir kommen aus Parteien wie der CSU, aus der FDP. Wir sind Bürger, die einfach so aus der Gesellschaft sich entschieden haben, Politik zu machen. Weil in Deutschland verdammt viel falsch läuft. Es läuft verdammt viel falsch. Und was am schlimmsten ist, dass der Islam absolut schön gefördert wird und verharmlost wird. Sie müssen sich überlegen, 270 Millionen Menschen hat der Islam bei seinen grausamen Eroberungszügen getötet. Land um Land. Alle Länder, die Ägypten, die Ägypten, die Ägypten, die Ägypten waren früher alle waren christlich, jüdisch oder andersgläubig. Der Islam hat sie erobert und jetzt sind da die schlimmsten, die schlimmsten Religionsdiktaturen. Und das geht runter bis Israel. Ich habe hier eine deutsch-israelische Flagge, weil wir von der Partei Die Freiheit ganz klar sagen, wir bekennen uns solidarisch mit Israel, weil Israel das einzige demokratische Land im Nahen Osten ist. umgehen von aggressiven arabischen Ländern, die nur danach trachten, Israel zu vernichten. Das ist so, weil die islamische Hylogie vorschreibt, dass kein unglaublicher Staat auf einem Präsidium, das wir als islamisch ansehen, existieren darf. Und sie glauben wirklich, dass Jerusalem, Israel, ein islamischer Boden ist. Das glauben sie. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Eigentlich hat der Trenzendung keine Berechtigung in Jerusalem. Warum? Da lauten wir an, der Propheten Mohammed auf einem gepriegelten Pferd zum einen geförmten Moschee geflogen ist. Das war im Jahr 630 und damals gab es doch keine Moschee in Jerusalem. Also könnten die Israelis hergehen und den Kelsen dann abbauen lassen und irgendwo in Saudi-Arabien wieder aufbauen. Und dann der Ruhr in Israel. Dann würden die Moslems nicht mehr die Israelis terrorisieren und mit Attentaten überziehen und mit Raketen aus dem Gaza-Streifen terrorisieren. Das ist alles Islam. Und glauben sie nicht, diese Propaganda, dass die bösen Israelis die armen Palästinenser unterdrücken. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist der Islam, der Israel terrorisiert und in jedem Land terrorisiert, das nicht islamisch ist. Das ist so. Das ist so. Ich bin ein Jude, aber ich bin ein Freund Israels. Und wir sind dagegen, dass hier muslimische Bereichen reichen und Regeln einzugehalten. Und es wird zum Beispiel auch geschächtet bei uns, liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger. Wissen Sie, dass mitten unter uns Tiere nach muslimischem Recht geschächtet werden. Ihnen wird bei lebendigem Leibe die Kurde durchgeschnitten. Haben Sie mal gesehen, wie ein Schaf leidet? Oder ein sämtliches Tier, dem die Kurde durchgeschnitten wird. Es verblutet jämmerlich, es schreit. Das ist islamisches Recht. Und wir sagen, kein Millimeter für Scharia in Deutschland. Keinen Millimeter. Und wir wollen es nicht zulassen, dass muslimische Mädchen nicht in den Schwimmunterricht gehen dürfen, weil es ihre 1400 Jahre alte Religion vorschreibt. Wir wollen nicht, dass sie nicht zu Klassenfahrten mit dürfen. Wir wollen nicht, dass das Schweinefleischverbot mittlerweile schon den Andersgläubigen aufgedrückt wird. Es gibt schon Kindergärten und Schulen in Deutschland, wo Schinkenbrötchen und Schweinefleisch nicht mehr angeboten wird, weil man damit die Gefühle der Muslime verletzt schenkt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist ein vorausreinender Gehorsam, eine vorausreinende Werbung. Und was die Justiz anbelangt. Ja, wir haben bereits Scharia-Anwendung in Deutschland. Wir haben in den Friedengesellschaften sogenannte historische Friedensrichter, die regeln das, wenn es Muslime untereinander in die Ärger haben, wenn es Mord gibt, wenn es irgendwelche schwere Körperverletzungen gibt, dann regeln die das untereinander. Dann wird Blutgeld bezahlt, ja, von der Familie des Täters an die Opfer und dann wird die deutsche Justiz umgangen. Zeugen sagen, wenn ich bin raus, sie sagen, es ist ja gar nicht passiert. Das ist mitten in Deutschland und das wollen wir nicht. Und wir stehen hier, verdammt nochmal, weil wir das deutsche Recht, das deutsche Grundgesetz verteidigen. Und wir hoffen, und das geht an die Polizei hier in Nürnberg, wir hoffen, wenn wir das nächste Mal hier sind, dass ihr uns besser schützt. Wir werden darauf nachfragen, ob es legitim ist, dass sich gegen uns fanden, keine 5 Meter vor uns hinstellen, 10, 12, 15 Leute und lautstark rumbrüllen, ihre kommunistischen Slogans brüllen, ihre islamischen Slogans brüllen und unsere Veranstaltung damit unmöglich machen. So stören, dass wir uns nicht mehr verständlich machen können. Das ist nicht demokratisch. Und wir würden uns freuen, und wir denken, dass viele Polizisten so denken wie wir, weil wir wirklich unsere Freiheit, unser Grundgesetz, unsere Demokratie verteidigen, dass wir das nächste Mal besser geschützt werden. Und wir werden wiederkommen. Wir werden immer wiederkommen. Wir lassen uns früher in den Mund verbieten, noch lassen wir uns unterdrücken. Schon gar nicht von links Radikalen und schon gar nicht von muslimischen Radikalen. Wir werden es nicht zulassen, dass dieses Land hier eine islamische Kultur wird. Und wenn Sie sehen sollen, was hinterflügt, schauen Sie in Libanon. Das war früher ein christliches Land. Jetzt sind die Muslime da und es ist Terror, es ist Chaos, es ist Unterdrückung. Früher war es die Schweiz des Nahen Ostens, der Libanon. Dann kam der Islam und es ging alles den Bach runter. Es gab nur noch Terror, Unterdrückung. Und das ist überall, überall wo der Islam sich breitmacht, gibt es Terror, Unterdrückung, Gewalt und Unfeierheit. Dort werden Menschen ins Gefängnis geschmissen, die was anderes sagen. Und heute haben wir es erlebt. Muslime waren hier. Sie wollten uns attackieren. Sie wollten uns unser Recht nehmen, dass wir hier Informationen vertreiben. Ganz normale Informationen. Das Recht in einer Demokratie. Wir haben hier Meinungsfreiheit. Aber das respektieren Oslens nicht. Sie sagen, der Islam ist die einzigfache Religion und sie darf nicht kritisiert werden. Das ist der Islam. Auch im Jahr 2012. Und er breitet sich auch bei Ihnen in Nürnberg aus. Sie erleben es, dass hier Moscheen gebaut werden. Und Sie erleben es, dass es immer mehr Bescheid bleibt. Sie hatten keinen Sinn. Er ist, dass es relativ schnell ist. Sie haben nicht mehr Bescheid bleibt. Vielen Dank. Er ist das.